Hier ist ein Gentleman. Herzlich Willkommen zurück auf der großen Party hier. Der hat uns hier, der Uncle Man, unser, keine Ahnung was weggefressen. Erstmal verdauen lassen, ne? Ich bin ziemlich sicher, dass der Kapitän das verabschiedet wird und hat mich auf die Yacht getrunken. Ich bin ziemlich... Die Band auch nicht. Da geht's wieder raus, das wollen wir eigentlich nicht. Wir lassen es wahrscheinlich nicht wieder rein. Recht wischen. Okay, dann gehen wir hier rein. Oh, sorry, Sir. Ich bin einfach rausgekommen. Nun, nicht nur da, Lade. Ruhig auf die Galle und holt noch mehr. Mann, ich liebe dich, dass du nicht verabschiedet hast. Lass ihn mal rausgehen. Na, wo sind die Kanapier, Junge? Genau, die Kanapier. Ich war gerade, sie zu holen. Dann gehst du auf, willst du? Scheiße, okay. Wir kommen hier also nicht weiter. Nein, ich glaube, ich sollte ihn allein verlassen. Oh, der Arme. Mach einmal noch welche. Sehr schön. Dann geht's wieder rein, oder? Ich glaube doch, jetzt alles. Doch, jetzt wird hier gechillt mit dem. Na? Ja. Sehr schön. Oh, was? Jetzt frisst du dir jetzt jedes Mal auf? Frisst du dir jetzt jedes Mal auf? Well, I was... Scheiße. Lass die doch nicht immer weg, den Junge. Entschuldigung. Äh... Ja gut, die sind jetzt immer neu, aber das bringt mir jetzt auch nichts. Ich glaube, der Typ brennt dann vielleicht weg. Ich glaube, der Typ brennt dann vielleicht weg. Ah, hier ist auch nichts von Interesse, aber... Ich habe dir jetzt auch ein ganzes Wind. Ja, hab ich mir schon gedacht. Hab ich mir schon gedacht. Äh... Mäh, 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 mäh. Mäh, 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 mäh. Machen wir denn bloß? Oh, der Typ. Lass mich ein paar Kanäte. Alter, als frisst er die jedes Mal weg, ey. Okay, wie werden wir denn los? Okay, hier geht's nicht weiter, wir müssen irgendwie was anderes finden. Wir haben doch jetzt eigentlich auch die scharfen Zutaten, wir können mal zu Mama Makena gehen, nur wie sie heißt. Oder? Mal schauen. Ich muss ja sagen, um vielleicht so einen kurzen Zwischenbericht zu geben zum Spiel. Ach, ich bin immer noch nicht erkältet. Von den Animationen her ist das natürlich jetzt nicht so der Burner, aber... Storytechnisch hat das auch so, dass halt vieles vertont ist, was gar nicht vertont sein muss. Finde ich schon ziemlich geil. Okay. Kann der vielleicht seine Fische noch... Ich glaub, die kriegt er nie wieder zurück. Wir brauchen noch den Motor. Wir sind fertig mit... Was machen wir denn jetzt noch? Wir brauchen den scheiß Motor. Ich bin sicher, dass Makena schon ist. Ja gut, dann... Ich würde... 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 Fragen wir nochmal Kito, der weiß doch immer alles. Ich würde... Fragen wir nochmal Kito. Der weiß doch immer alles. Keine Angst, Mann. Ich werde ein paar irgendwo finden. Sicher, du wirst. Hast du die Mariner probiert? Vielleicht können wir ein Auto oder zwei aus einem Boot oder was. Hey, das ist nicht eine schlechte Idee, Mann. Gut, gute Glück, Mann. Hmm... Das ist auch noch schnell. Das haben wir letztes Mal genug ausgebeutet. Scheiße. Dogmaster weißt doch auch nichts. Ja, ja. Haben wir schon alles gequatscht. Hier ist auch nur noch ein zerschlagender Pelikan. Scheiße. Ich denke, das ist auch so alt. Ich möchte irgendwas kombinieren. Ich hole jetzt alles aus. No modification, so dass we cried. Scheiße. Ja, ich weiß, dass es eine Kargo-Wessel ist. Können vielleicht mit der Lady hier noch irgendwas machen. Okay. Ja, gut, Stopp. Hier können wir auch nichts mehr. Shit, man. Shit, man. Lass mal nach oben gehen. Vielleicht irgendwas mit dem Koch. Mit dem Reden nochmal. Weil dann, wir haben ihm mal geholfen. Vielleicht weiß er ja nur. Hey, Hause. Ich bin... Okay. Das ist Mama. Ich würde... Ja, scheiße. Nee, oder? Hey, that's a good idea, man. Hä? I can't do it in here, though. Sabo would cut me to pieces. Okay, hier geht's. Hopefully, that will stop the hungry man from eating them all. Die Lösung war so einfach, aber auch so versteckt. Oder wie geht's? Sprichwort? Hold it, kid. Let me have some Canapes. Hey, these are those nasty white ones. Oh, I don't like them at all. Oh, I'm sorry to disappoint you, sir. It's all the kitchen has to offer at the moment. Heh. Don't worry, kid. I've got my fill. So, let's go. Ich hab' jetzt mal neue holen, weil mit Farbe die... Und probieren. Ob wir jetzt mit normalen durchkommen oder nicht. Wenn nicht, dann ist das halt so. Ach, es gibt gar keine mehr. Okay. Dann halt nicht. Na, du? Weiter. Zimme in, zack. Oh, that kid. Ja, 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 ja! Gut, korost hier. Im scheiß ekligen Kerl, dem Dinger leben. Hier du bist, sir. Ich präsentiere dich mit uh, uh, feinsten Kanapé. edy! Mhh, hey, die sind gut. Rund! That hopeless chef is finally starting to get a hangar starting! Wuh! Wuh! Alright, run along now. Can't you see we're trying to have a private conversation here? Okay, Captain, we're moving. How you doing, lady? Beat it, kid! Fine, even tonight, isn't it, sir? Bugger off! How many times do I have to tell you, imbersers, that the crew isn't supposed to mingle with me and my guests? Okay. Wollt er nur freundlich sollen? Ehhh... Hey! You can't go in there! That's engine room personal only! I... Gotta get some kind of pace to the engineers? Captain's orders! Oh, alright then. Orders are orders. Captain's orders, Mr. Captain? Hey, wait a minute! I'm the captain! Uh oh! I better find a way to lock it first! That should keep em' out for a while. Hey! You in there! Let me in! You're not supposed to be in there! I'm fetching security! I'll have them tear your head off once they get in there! Tear my head off? That's not a very nice start. I ain't leaving through that door, that's for sure. I better try and find another way out of here. Oh je! Hmm... Nothing happened. I think this button controls the hatch in the ceiling. But it seems to be disabled somehow. Switchboard? Looks like a switchboard of some sort. It seems like it's connected to the button somehow. Now, who in their right mind builds a power switch like this? Ach du Schande. Das wäre wieder was für mich. Okay. So rum. So, haben wir schon mal eins. Scheiße. Das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Aber so geht das. Und dann muss das so. Ah ne. Okay, das muss... Das muss so. Ne. Scheiße. Ne, das muss hier irgendwie andersrum. Ach du Kacke ey. Erstmal liegen lassen hier. Mal gucken was hier noch so ist. Das ist die Ende des Babys. Die sind groß! Kito will love him for sure. Ja, wir sollen es zu witzeln mit mir. Jetzt all I gotta do is find a way to get him out of here. Ich denke, ich werde besser die Mop in den Platz lassen. Wenn der Kapitän in hier kommt, wird er mich strangleieren. Ähm. 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 Erstmal safe game machen hier. Okay, wir kommen hier auch nicht weg. Das heißt, wir müssen dieses Rätsel lösen, wa? So. Looks like a switch. It seems... Who in there right might... Scheiße, wir müssen irgendwie anders. Wir müssen... Wir müssen nicht von hier. Wir müssen... Von... Vom Ende arbeiten. So... Jetzt haben wir schon mal den hier. Ne. Haben wir nicht. Hä? Hä? Den haben wir jetzt. Äh. Wie soll denn das hier unten gehen, bitte? Geht doch ja nicht. Ach doch, so geht's. So. Ha! Ja! Piece of cake. Haha. Okay, press the button. Wie wird's jetzt rauskommen? Wie wird's jetzt rauskommen? Watch out! Watch out! Whatcha think, man? They are beautiful. I know, man. I think they may have a slight impact on the aerodynamics though. Seeing as they are twice as big as the rest of the airplane and all. I know, but I figure the sheer power will compensate for that. What? Yeah, you probably right. Good job, Buana. Oh man, ey. So the fetten engines. Meatwire. I'm telling you, boss. This could be bad PR. There are hospitals there. I don't do charity. I don't make exceptions. I make examples. Shut down the whole district. Now! This better be important. Sir, we've tracked down the book. Seems it's at some old gas station station run by Count Mandodo. Kynandodo? That rettile pilot fool. I remember, remember that who's in wreck of a gas station of his? It's in Kingsport Bay. Yes. The professor is probably heading there right now. Run suck the place and get me that book. Leave no witnesses. Yes, sir. We're on our way away. Sorry, we were a lot of filming in the comments. There we go. Last part is in place. I'll just get the engine steady while you raise the anchor, okay? Then we can be off. The wind is crooked. Oh, oh. The wind is crooked. I can't turn it. Ich glaube, wir werden es finden, um es zu verbinden und zu schieben, bevor wir ihn nutzen können. Kein Weg, dass ich den Anker ohne den Winch aufheben kann. Ich werde etwas mit noch mehr Kraft brauchen. Der Stil ist schwer. Hey, Frau! Bitte, du... Ich werde glücklich sein. Aber vielleicht weiß die was. Ich glaube, sie wird mir helfen, um es zu verbinden. Ich glaube, wir haben ein Problem, Mann. Unsere Winch ist alles verbunden. Ich kann nicht den Anker aufheben. Oh Mann, es sieht so krokodisch. Ich wundere, was passiert. Vielleicht haben wir einen Halt oder so zurück, als wir in der Asta-Bike waren. Ja, wahrscheinlich. Wenn du das in Ordnung hast, dann sind wir sozusagen bereit zu gehen. Ganz kurz, Steam Overlay gucken. Tut mir leid. Aber... Aufnahme-Crasher? Nee, komm, fick dich. Äh... Der Olipi wieder. Nein, 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 nein. Was machen wir denn? Was machen wir denn bloß? Mir fällt gerade überhaupt mit einem Stein. Hey, Buana! Wie kommst du hier hin? Ich habe noch nicht gewonnen, die Bende... Vielleicht gehst du jemanden nach dem Haufen. Okay, also zum Haufen, würde ich mal sagen. Na dann mal los. Äh, frauen wir den Dockmaster mal. Achso, wahrscheinlich müssen wir ihn erst geben mal. Ja, das müssen wir ihm zeigen. Vielleicht kann der ja was machen, oder die Frau da oben. Sicherlich die Schweißerin da, oder wie die heißt. Ich weiß nicht mehr was das besetzt heißt. Hey, how you coming along? Oh man, not you again. Listen kid, I've got to have these plates welded by the morning or I'm losing my job. And I'm exhausted enough as it is. Hey, how about you give me a little break, huh? Uh, please? What? Hey, you got the tools to bend this in shape? What? No. Stop bothering me. Hey, can I borrow your maintenance card? No. Oh, okay, 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 okay. Okay, okay, okay. It's empty. Oh, don't remind me. I'd kill for a cup of coffee right now. I've got one hell of a night ahead of me.